Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo und zwar möchten wir euch warnen vor diesen Wannabe Friends oder Loftit Bots. Wir blenden euch hier mal Kommentare ein und wir möchten darauf hinweisen, dass ihr dort auf gar keinen Fall darauf interagiert, also nicht auf das Kommentar darauf antworten, nicht liken, nicht abonnieren, weil was sonst passiert, erklärt euch Luca. Genau und zwar ist es euch bestimmt schon öfter aufgefallen, dass unter Videos, egal ob bei diesem Kanal hier oder bei anderen Kanälen, zum Beispiel bei Tomofomi, wo dieses Infovideo auch online kommen wird, sind zum Beispiel Kommentare aufgetaucht wie Loftit oder Wannabe Friends und es ist auch schon aufgefallen, dass einige dieser Kommentare einen Daumen hoch gekriegt haben und das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Antwortet nicht auf diese Kommentare, liked sie nicht, gibt denen keinen Daumen hoch, keinen runter, keine Antwort, nichts. Wenn ihr diese Kommentare seht, entweder komplett ignorieren oder das Beste, was ihr machen könnt, direkt blockieren und melden. Genau und wenn ihr Zuschauer seid und nicht der YouTuber, dann informiert den YouTuber darüber, damit er die melden und löschen kann. Und wenn ihr mit diesen Wannabe Friends oder uns weiter damit interagiert, dann kann es sein, dass ihr selber gehackt werdet und dann selber diese Wannabe Friends Scheiße da postet. Also kurz erklärt, ihr kommt dann in euer Konto nicht mehr rein. Das gehört euch dann nicht mehr. Es ist nicht mehr euer, sondern es ist ein Bot, der dann in eurem Namen oder so weiter schreibt und unter anderem YouTuber love it und Wannabe Friends schreibt und so. Und dies merkt YouTube nicht, weil es halt nicht von Anfang an Bots sind, sondern YouTube denkt, es sind immer noch die richtigen Accounts, die es mal waren. Und dadurch fällt das Ganze halt nicht auf. Genau. Ich werde dann nochmal, oder wir werden dann nochmal ein Video von, ich glaube, Jago verlinken, der das Ganze nochmal gut erklärt. Und ja, dann war es das mit diesem kleinen und feinen Interview. Wir blenden euch die ganzen Sachen nochmal ein und verlinken euch alles Mögliche. Wir hoffen, wir konnten euch damit informieren und hoffen, dass rechtzeitig ihr Bescheid gekriegt habt, bevor ihr diesen Fehler gemacht habt und auf diese Kommentare reagiert habt. Genau. Auf gar keinen Fall interagieren. Und das war's mit diesem Waren Video Info Video. Dann bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.